Renata und ich geben alles auf, um auf Reisen zu gehen und die Welt zu entdecken. Reisen hat uns schon immer sehr viel gegeben. Die Kulturen, die Menschen, die Natur. Aber auch das Gefühl, mit leichten Gepäck und ohne Zeitdruck die Welt zu entdecken, faszinierte uns und lässt uns nun nicht mehr los. Die Kulturen 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.